Das ist ein schönes Wetter hier, die Natur. Oh, wie sieht das hier gut? Ich muss hier mal eine Kamera gucken. Jawohl, alles klar, Freunde. Vieles musste noch geschehen. Über Hass für Brücken wollen wir noch gehen. Immer weiter durch die Zeit. Doch langsam macht sich hier Verzweiflung frei. Wenn die Zeit vergeht und der Wind sich einmal dreht. Vielleicht in Richtung Frieden, vielleicht in Richtung Glück. Ich will euch mal was aus der Heiligen Schrift vorlesen. Das wichtigste Gebot ist aus dem Lukas Evangelium 10. Vers 25 Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte ihn. Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Der Mann antwortete, liebe deinen Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Richtig verantwortet, sagt dem Jesus. Hande so, dann wirst du leben. Hande so, dann wirst du leben. Und die Sonne hell erscheint. Und die Sonne hell erscheint. Denkt an die Worte unseres Herrn. Habt endlich euren Wichsen her. Was ihr den anderen Gutes tut. Das tut auch eurem Herzen gut. Wenn die Zeit vergeht und der Wind sich einmal dreht. Vielleicht in Richtung Frieden, vielleicht in Richtung Glück. Wohin der Wind auch weht, geht ein Blatt und Wind verweht. Vielleicht in Richtung Süden, wo die Sonne hell erscheint. Ich bin großartig, ich bin großartig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020